Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit der Lucky Legacy Challenge. Und wir sind natürlich wieder hier mit unserer Family. Und heute ist es tatsächlich endlich mal der Fall, dass wir dann den Heilungstrank erstellen können für den Vampirismus. Moon ist ein bisschen traurig, aber das wird sie dann nicht mehr sein, weil sie dann endlich geheilt werden kann. Aber bis dahin sollte sie vielleicht erstmal ein paar Fische fangen, damit sie, nein, sie soll bitte einfach angeln. Damit wir hier unseren Durst erstmal stillen können, weil nachts weiß ich nicht, ob sie jetzt nochmal unterwegs sein sollte, sondern sie macht es dann einfach morgen in Ruhe. Weil wir haben auf jeden Fall genug Zeug, wir müssen, ach ne, wir brauchen ja noch das Geld. Oh, hab ich schon wieder vergessen. Das kostet ja irgendwie 2.500, ne? Hoppala, aber wir kriegen das vielleicht heute trotzdem hin. Ich frage mich nur, wieso bist du eigentlich wach, Girl? Es ist mitten in der Nacht. Wie wäre es, wenn du auch schläfst? Und du vielleicht auch, weil du musst morgen arbeiten. Okay, hier sind irgendwelche Schwangerschaften begonnen worden, das ist auch interessant. Level 3 der Logikfähigkeit, finde ich auch toll. Aber du sollst jetzt schlafen gehen. Wir generieren jetzt erstmal für heute, es ist die 68. Sei gemeint zu dem nächsten Sim, den du siehst. Na gut, das sind Dinge, die können natürlich passieren. Ich sage, es sind halt Sims außerhalb von unserem Haushalt so. Können wir ja dann eventuell machen, wenn wir dann ja zur Bar gehen. Obwohl, das passiert ja wahrscheinlich nicht heute direkt. Aber irgendjemand wird schon hier sein. Bestimmt gleich. Ne Elritze, toll. Ich hab mir schon die Meilensteine ein bisschen angeguckt von den Sims hier. Und die sind so süß einfach, ne? Hier sogar Mimi und Rusty sind hier sogar noch drin und so. Das ist so süß. I love it. Level 4 der Angelfähigkeit, hör mal. Why? Warum geht hier immer alles kaputt? Warum ist hier so oft Gewitter vor allem? Regen, okay, aber Gewitter? Oh mein Gott. Ist schon wieder jemand gestorben. Ist das nicht seine Mutter? Ne. Hä, aber wie waren die denn verwandt? Ach ne, das ist die Tante. Ah, das ist natürlich trotzdem nicht schön. Also sie hat soweit ja alles geschafft hier. Das ist gut. Aber heute ist leider keine Arbeit. Jetzt frage ich mich, was könnte sie tun, damit sie an Geld kommt? Ich meine, ich hab das hier gefunden. Aber das hilft mir jetzt natürlich nicht unendlich weiter. Der Geist von Sky schwindet. Oh no. Ich lass sie einfach erst mal weiter angeln. Ich meine, wir haben ja erst mal nichts zu verlieren, ne? Da verlieren wir ja zumindest auch kein Geld und so. Nur ein bisschen Zeit eventuell. Wir werden es überleben. Süß. Ich weiß zwar nicht, wer sie ist, aber es könnte seine Schwester sein. Auf jeden Fall, weil er so traurig ist, möchte sie rüberkommen und uns unterstützen. Süß. Ich wusste nicht, dass das so auch sein kann. Ich dachte, die können nur vorbeikommen, wenn man dann Kinder gekriegt hat. Aber eigentlich haben wir keine Betten. Also wir brauchen eigentlich auch gerade nicht so wirklich Unterstützung, wenn ich ehrlich bin. Ist schon in Ordnung so. Außerdem weiß ich nicht genau, wer sie ist. Aber trotzdem ist das süß. Anissa. Eine Schwester, tatsächlich. Die sieht ja auch ein bisschen wild aus, ne? Bin ich ehrlich. Aber vielleicht lernen wir sie ja auch noch kennen. Cloud ist schon wach. Und Sunny direkt hinterher. Sehr schön. Auch wenn es um 6 Uhr am Sonntag ist. Aber man gönnt sich ja sonst nichts. Ich glaube, den Kaiserfisch erreicht man erst später. Aber naja, hat sie wenigstens Plasmabeutel erstmal. Mh, kleiner Tierhaufen. Lecker. Aber da es bewölkt ist, kann sie wenigstens draußen sein. Das ist auch gut. Ich gucke jetzt mal rum, ob wir hier irgendwen mal sehen oder so. Weil wenn wir gemein zu jemandem sein sollen, dann wo, wenn nicht hier. Aber wir können hier auch graben. Und das können wir auch einfach mal die Kinder machen lassen. Ein Feuer-Opal. Okay. 84 immerhin. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Aber hier sind echt nicht so viele Leute unterwegs. Und mit nicht viele meine ich gar keiner. Guck mal, da vorne ist einer. Sydney. Hey. Oh. Naja. Dann sind wir mal gemein zu ihm. Ist schon in Ordnung. Ist sie so gestresst? Ach, weil sie in den Tierhaufen gelaufen ist. Läuft bei ihr. Erstmal drei Millionen Jahre laufen. Aber hi. Wir sind jetzt gemein zu dir. Einmal gemein. Bösartig. Über Outfit spotten so. Hallo. Du sollst über sein Outfit spotten. Er rennt einfach weg. Was ist mit ihm? Er traut sich nicht, von einem Kind beleidigt zu werden, ja? Aber ich habe mich grob vorgestellt. Das ist auch eine gemeine Interaktion. Ah, jetzt bleibt er stehen. Ach, frag mich nicht. Ah, jetzt geht's. Toll. Viel Spaß, ne? Also ich gehe erstmal wieder. Tschüss. Kannst du dich vielleicht mal ein bisschen um den Hund kümmern, du kleine Maus? Sie hat aber auch keine Fähigkeit, mit der man irgendwie Geld verdienen kann. Und vernünftig, ne? Aber damit seine Magiefähigkeit hochgeht, können wir ja mal ein bisschen experimentieren mit ihm. Weil er hat jetzt eh nichts besseres zu tun. Also kann er das ja mal machen. Wir können ja diesen Trick machen, nach Herbstdeko wühlen und das vielleicht verkaufen. Ich meine, so viel wird da jetzt auch nicht bei rumkommen, denke ich. Okay, er unterhält sich einfach mit irgendwelchen fremden Leuten. Ich hinterfrag's einfach nicht. Süß auch, aber 20 ist okay. 25. 100. Besser als nischt, wa? Für ihn ja nur noch 2000. Oh mein Gott. Diese ganzen Laternen leben hier ganz schön gefährlich. Wollen wir sie fragen? Ja, ich will sie ja nicht fragen, ob sie Blumenstreute auf der Hochzeit. Wir können uns ja schon ein bisschen darum kümmern, weil im nächsten Part wollen wir ja heiraten. Dann können wir ja so ein paar Vorbereitungen treffen. Sie hat einfach keinen Bock. Was? Okay, dann nicht halt. Dann ist es halt, dann nicht. Okay, die spielen hier im... Heu. Heu. It's called Laubhaufen. But sure. Geh lieber nach Hause. Du solltest vielleicht mal duschen. Toll, er hat halt experimentiert und es hat anscheinend nichts gebracht. Toll. Super. Läuft ja mal wieder hier. Und übt vielleicht ein bisschen Magie noch. I don't know. Er hat aber schnell aufgegeben, Magie zu üben. Excuse me. Da es bewölkt ist, müsste sie ja eigentlich noch weiter angeln können, oder? Ohne zu sterben. Eigentlich ist es gut, dass wir hier sind. Sitten, er möchte mit Maya Roth auf ein Date gehen. Let's go. Nachdem im Regenschirm kriegt sie es jetzt gerade nicht hin zu angeln. Dann halt nicht. Wah. Warum steht hier so eine Milch? Ew. Oh, wir können Gelegenheitsjobs machen. Fällt mir gerade so auf. Das könnte uns helfen. Hilfe mit Anschluss von Fernseher. Let's go. Level 1 der Geschicklichkeitsfähigkeit hat sie ja. Also sie ist ja schon deutlich drüber sogar. Also von daher, das sollte ja funktionieren. So, und sie kann ja mal ein bisschen tanzen. Was Kinder halt so machen in ihrer Freizeit. Warum kommt sie da jetzt nicht ran? Dann nicht. Dann mache ich halt wieder aus. Dann kann sie, keine Ahnung, mit dem Puppenmaus spielen. Viel Spaß. Was ist mit euch zwei? Startet ihr euch jetzt einfach nur an, oder? Geteiltes Light. Oh, no. Ach man, ihr seid so süß. Er hat auf jeden Fall alle Fähigkeiten bereit für seine Beförderung. Aber er hat erst Dienstag wieder Arbeit. Hm. Das ist natürlich blöd. So, Moon ist beim Job. Das wird ja wohl funktionieren. Das ist auf jeden Fall ein bisschen Geld, was dann dazukommt. Das ist auch supi. Mann, Bruno ist so süß. Er ist immer überall dabei einfach und ist einfach happy. Pflegeleichter Hund. Ich meine, theoretisch können wir wahrscheinlich auch einfach irgendwas verkaufen von unserem Grundstück, ne? Aber ich weiß nicht. Eigentlich möchte ich nicht. Ich finde es einfach süß, wenn hier alles so... Bleibt, wie es ist. Alles ist schön hier. Ach, weil es dunkel ist, hat er Angst. Toll. So, und ihr zwei Mäuse könnt ihr mal ein bisschen Schach zusammenspielen. Ein paar Logikfähigkeiten sammeln, ist ja vielleicht auch nicht schlecht. Und Sozialfähigkeit entwickelt sich auch, weil sie miteinander reden. Süß. Dann haben sie nämlich eine gute Beziehung. Ich lieb's. Großer Erfolg. Yeah. 69 Simoleons und 6 Trinkgeld. Aber besser als nichts. Vielleicht kann sie noch einen machen. Oh. Es geht nur bis 20 Uhr anscheinend. Schade. Aber sie muss schon wieder angeln gehen. Bruno hat gelernt, Sims nicht anzubilden. Wooo. Haha, sagen sie. Haha, süß. Was für Mäusis. Können aber auch ein paar von diesen Sachen hier verkaufen. Ach, das bringt nix. Okay, ich dachte, das bringt vielleicht was. Oh, das ist hier so voll gewesen. Ach, Manu. Ein Witz jagt den Nächsten. Sunny und Cloud können nicht aufhören, sich gegenseitig zum Lachen zu bringen. Wenn sich die beiden in einem Raum befinden, ist das Geole immer groß. Familienmitglieder mit der Familiendynamik Spaßvögel fühlen häufiger lustige oder schämische Interaktionen miteinander aus. Und sie fühlen sich besonders verspielt, wenn sie Zeit miteinander verbringen. Würdest du die Familie und den Namen nicht zwischen Sunny und Cloud als Spaßvögel beschreiben? Ich finde das unheimlich süß. Bin ich ehrlich. Ich finde, das passt auch sehr, sehr gut. Yes. I want this. Als ob so ein Kaiserfisch auch nur zwölf bringt. Ich dachte, der bringt jetzt so einiges, aber wow, anscheinend nicht. Es wäre halt cool, wenn sie keine Vampirin mehr wäre bei der Hochzeit. Because, dann würden wir einfach auch draußen feiern können. Wow, er hat endlich seinen ersten Zaubertrank entdeckt. Jihau. Ein Zaubertrank, um alle Bedürfnisse eines Sims zu füllen. Rupert Schleicher. Oh, ein Fuchs. Hallo. So, was müssen wir eigentlich heute machen? 143. Bleibst du lange wach, bis du ohnmächtig wirst. Na gut, wie machen wir das mit Jericho? I guess. Dann wecke ich ihn einfach mal. Weil dann dauert das ja nicht so lange, weil er ja dann ja schon niedrigere Energie hat und so. Sie fühlt sich toll, weil sie Fische fängt. Toll. Dann kann sie auf jeden Fall gleich noch mehr Gelegenheitsjobs machen. Es muss halt einfach sein. Wir brauchen das Geld. Er steigt auch bald in den nächsten Rang auf. Das ist toll. Nein, er geht nicht schlafen. Sowas gibt's ja nicht. Du musst so lange wach bleiben, bis du ohnmächtig wirst. Mein Lieber. Nutz den Blitzblank-Trick. Das Bett ist heute tabu für dich. Hey, hat funktioniert. Sehr cool. Die Kinder sind gelangweilt. Okay. Sad life. Wir haben kein Essen mehr. Oh mein Gott. Wir haben eine Plasma-Frucht zu wenig. Sie hat einfach eine Plasma-Frucht gesnackt zwischendurch. Mann, ey. Das dauert ja schon gar nicht mehr so lange bei ihm. Wow. Er kann jetzt reparieren mit einem Zauber. Es ist Schule. Das ist auch toll. Oh, sie muss ja heute arbeiten auch. Sie soll zur Arbeit gehen gleich. Und er ist zum nächsten Level hochgestiegen. Geht ihm schneller von der Hand. Das ist sehr schön. Das brauchen wir. Dieser Sim erlangt schneller Fähigkeiten und Fähschläge werden reduziert. Das ist auch super. Dann nehme ich dieses hier erstmal. Und ich nehme Wissensmagie noch. Jeder Gehilfe erhält ein magisches Care-Paket mit Gegenständen des täglichen Bedarfs. Okay, dann gucken wir später mal in den Briefkasten. Oh mein Gott, er möchte mitkochen von sich aus. Wie süß ist er denn? Dann nutzt er jetzt den Blitzblank-Zauber auf die Theke. Wir nutzen jetzt Magie so viel, das geht, damit er halt schneller diese Level hochkommt. Und dann kann er in Ruhe was essen. Stimmt jetzt schon nach Gelegenheitsjobs. Guck mal. Jo. Sehr schön. Machen wir dann gleich in Ruhe. Bestimmt können wir damit dann irgendwas erreichen. Wir brauchen das Geld. Moon könnte eventuell befördert werden. Ich kann sie ja mal... Okay, sie arbeitet eh schon fleißig. Sehr schön. Aber er sollte jetzt auch bald dann zusammenbrechen. Das klingt sehr traurig, aber das sind Dinge, die wir jetzt leider tun müssen. Aber wenn er jetzt auch arbeitet und so, dann müsste das ja eigentlich funktionieren. Haben wir Level 1 der Mixen-Fähigkeit? Ja, haben wir sogar. Dann machen wir das doch. Wird schon irgendwie klappen. Wir fordern natürlich eine Herausforderung. Das ist immer ganz gut eigentlich. Lass uns ja besser im Kleinen. Yeah. Haushaltshilfe? Wir haben eine Haushaltshilfe eingestellt. Ach ja, hab ich schon wieder vergessen. Aber er kann ruhig alles sauer machen. Kein Problem. Oh mein Gott, das kostet ja auch wieder Geld. Das ist doch... Das ist doch ein Problem. Naja, was sollen wir tun? Ist jetzt halt so, ne? Wir kriegen das schon irgendwie hin. Früher oder später. Die Post wurde zugestellt. Oh mein Gott, Rechnung. Und die können wir nicht mal bezahlen. Ja, we love it. Misserfolg. Toll. 18 Simoleons nur. Einmal die Post holen, bitte. Ich weiß, dass der unheimlich müde ist. Es tut mir ja auch leid. Aber das ist ja tatsächlich gewollt. Was für ein Starterpaket meinen die eigentlich? Was sind die Rechnungen? Knorriger Holzbesen. Begleiter Orb des Rabens. Uh. Begleiter an sich binden. Wie nennen wir den? Rabi. Du sollst nicht schlafen. Nope. Nein, es wird nicht geschlafen. Nein. Äpfel. Opulenzium. Das ist wahrscheinlich zum Trankbrauen, oder? Es wird nicht geschlafen. 117. Dieses Leben ist einfach nur hart. Es ist Tragel. Wir brauchen jetzt einfach letztendlich 5000 Simoleons. Wie sollen wir daran kommen? Kritisch. Nein, hör auf. Es wird nicht geschlafen. Nein, es wird nicht geschlafen. Hör auf, schlafen zu wollen. Nein. Nein. Die Kids sind schon back. Aus Schulprojekte. Yay. Ich stelle die mal hier so hin, ne? Danach könnt ihr dann daran arbeiten. Nein. Du darfst nicht. Hör auf. Wieso ist der überhaupt noch? Warum kann er noch? Er hätte schon lange zusammenbrechen müssen. Oh, Sunny mag Witze. Yes. Das Date ist sehr gut gelaufen. Sie hat 270 mitgebracht. Sie ist leider nicht befördert worden. Äh, äh. Da kommt ein Meteor gerade runter. Vielleicht gehen wir mal rein. Ich weiß ja nicht. Das ist ein bisschen... Weh. Lauf. Geh. Imagine, der wäre jetzt daran verreckt, Alter. Hier, räum mal auf. Du, trink mal. Ist ja alles schrecklich. Funktioniert ja gar nichts. Ist doch traurig. Weil am Anfang eines Burnouts steht. Hallo? Hier, Comedy-Kanal gucken. Das ist bestimmt gut. Warum steht sie am Anfang eines Burnouts, Girl? Hallöchen erstmal. Du bist ein Vampir. Okay, sie ist vielleicht auch ein bisschen überfordert mit ihrem Leben. Aber... Hm. Ich weiß ja nicht. Nein, du sollst nicht schlafen. Hör auf. Man guckt eine Sekunde nicht hin. Nein, hör auf. Schlafen zu wollen. Das gibt's hier nicht. Angst vor Dunkelheit. Das ist noch nicht mal dunkel. Energieversagen. Ja. Ich weiß, es ist scheiße. Aber... Ah, danke. So, danach kannst du nach Hause gehen. Kreative Fähigkeiten trainieren. Das hat die Frage, was genau das heißt. Ihr arbeitet auf jeden Fall schön. Das ist toll. Die geben dann ja auch jeweils 80 Simoleons dann noch. Süß. Bauchschmerzen vor Lachen. Wenn sich Cloud mit einem anderen lustigen Familienmitglied in einem Raum befindet, sind Lachkreufe vorprogrammiert. Er muss bereits kichern, wenn er nur an ihre Insiderwitze denkt. Oh, I love you. Das Ding ist, wir können uns ja nicht mal eine Hochzeit leisten gerade. Wir wollten ja nicht ein paar Zehn heiraten, Alter. Wir können ja so nicht mal eine Hochzeit leisten. Vielleicht machen wir einfach nur eine kleine Hochzeit dann. Oh. Uliana möchte uns helfen? Meinetwegen. Wenn sie am Anfang von einem Burnout steht, sollte ich sie vielleicht jetzt auch nicht unbedingt noch einen Gelegenheitsjob machen lassen, wa? Du kannst dich ruhig ins Bett legen. Kreativitätsfähigkeit bringt das? Nice. Ich dachte, das bringt immer nur Mentalfähigkeit. Haben die das vielleicht geändert? Yay! Ich muss das aber trotzdem verkaufen. Wir brauchen das Geld. Dann machen wir halt keine große Hochzeit, sondern gehen einfach nur an irgend so einen Hochzeitsbogen vielleicht. I don't know. Kann ja trotzdem süß sein. Hauptsache unsere Kinder sind da. Am I right? Oh mein Gott, warum geht es ihr so komplett scheiße? Also bei ihm ist alles fit. Hä? Über Burnout beschweren. Let's go. Okay. Sie verpisst sich jetzt wieder. Schade. Ja, ich würde dann aber auch dann hier so langsam den Part beenden, während die süßen Mäuse noch am Tisch sitzen und ihre Hausaufgaben machen. Ja, wir haben versucht weiterzukommen, aber es hat jetzt nicht so gut funktioniert teilweise. Wir sind hier komplett am struggeln. Aber ich verspreche euch, wir werden beim nächsten Part dann heiraten. Das wird auch sehr, sehr süß bestimmt, auch wenn es dann eben eine ganz kleine Hochzeit nur sein wird, wo wir kein Geld für ausgeben müssen, weil wir gerade Geld in anderen Varianten brauchen, Varianten vor allem. Aber ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin und tschüss. Bis dahin und tschüss.